Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sie haben den Vorraum in Gershaw schon eine Kärna-Zeit. Schön, ihr seid ihr da. Dreieckung geht ihr den Autor. Dreieckung geht ihr mit der Kärna-Züchse. Dreieckung geht die Kärna-Züchse. Wir haben die Kärna-Züchse. Gerade haben wir noch vom 팔ustellen, denn die stehe nicht mehr Geld. Wir haben einen Grausel von der Zaun, wo wir vor uns geht. Gut, gut, gut. Hallo, Leute. Ich bin der Freie, für den Land, die heißt auch, dass Righttl ist? Sie haben gehört? Weil ich jetzt nicht so hochlebt hätte stehen, dass diedepartezeit hier oben hierdrehen. Soll es immer mal rumwerden? Ich habe hier eine kleine Runde. Da wollen wir ganz schön davor wünschen, dass es ein bisschen wachsinnig ist. Ich habe hier eine Besonderheit bei dieser Radion. Das ist der beste Kerl der Citroën in C2. Es schaut ein bisschen aus, als wenn ich H40 da draufgefahren habe, aber nicht der Gesellwurz. Das ist so ein Plan, wahrscheinlich auch die Interpralle einfach zu fahren. Die Themen sind relativ kurz, aber auch schon. Also, das ist ein, was wir uns nicht aus und wieder zeigen. Der Interpralle ist gerade mal über den Stadtrack, und die Kommentare sind dabei, dass die Wienkriege schon sind. Haben Sie schon mal einen Schritt? Machen wir den Jungs? Ja. Schau, dann geht es noch zu. Elektronen-Effekt gefunden, erster Gang eingelegt. Wir würden es vergleichen. Nein, bitte nicht! Bitte nicht! Wer ist schuldig? Wer ist freiwillig? Ja, die gucken aber so. So, bitte! Das ist doch schön! Geht ja! Ich wollte gerade noch unter Siebig, ich würde eher sagen, es ist eine gute Idee. Die Rumpelkiste weiter! Weniger Rumpel, willkommen in der Rumpelkiste! Ein einfacher, jünger, der erste, gerade fährende, der von der Bahnhof gerade, aber in der Ebene, das hat man gesagt, ich sei schon so ein lieber. Dann ist das da! Hier ist doch Vitaica, einer der Rumpelkiste. Los! Wir hören als nächste, der ist doch Vitaica. Michael Garrock ist der nächste, der die Paprik-Vorsler, dem Opel Ader R2. Ja, danke! Ehm, und auch, die Rumpelkiste, die Rumpelkiste, die Rumpelkiste, die Rumpelkiste der Bahnhof. Dann wurde erste Rumpelkiste,